Der Armani Franz, der wohl eigentlich eher Jeff heißt, wurde natürlich erstmal von Bohlen zusammengeschissen. Oh, keine Ausbildung, keine Arbeit, was bist du denn für einer? Und da fragt man sich, hm, ist hier der soziale Auftrag dieser Sendung, soziale Randgruppen zu diskriminieren? Naja, dann fängt er an zu singen, hat ein, zwei schiefe Töne drin, klingt aber von der Stimme her gut, schöner Druck, schönes Volumen, wirklich so warm, soulig. Und dann heißt er, ah, machst alles falsch, ich zeig dir, wie das geht, hier kriegst Anzug von mehr. Ja, dann kriegt er erstmal einen neuen Anzug und dann, ähm, ja, lässt mir das Ganze nochmal vortragen und dann fällt auf, zwar schöne, volle, soulige Stimme, aber hier, äh, ja, sehr oft oder fast, äh, nur die Töne nicht richtig getroffen. Kann natürlich auch was mit Aufgeregtheit zu tun haben, aber mich wundert, wieso hat man hier mit Autotune nicht nachgeholfen? Ich meine, bei anderen Kandidaten, bei der, äh, Tara Neist oder wie die hieß, die Scholz da, die das, äh, wie schön du bist gesungen hat und das Closer, da wurde eindeutig nachgeholfen. Ähm, warum hat man das hier nicht gemacht? Also sozusagen, das war ja nicht so weit schief, dass man das nicht mit Autotune hätte noch ein bisschen aufbessern können. Er ist extrem gut geklungen. Äh, warum lässt man ihn da so schlecht dastehen? Ich meine, natürlich, ich finde es gut, dass man sozusagen wirklich, äh, die ehrliche Tonaufnahme lässt, damit sich wirklich der Zuschauer ein Bild machen kann, was kann der, was kann der nicht, aber warum macht man ihn hier fertig, stellt ihn als sozusagen Versager hin und er kann nichts und dies und das, ähm, ja, aber er ist auf jeden Fall weiter, wahrscheinlich, weil man auf ihn angewiesen ist, weil das normale Kandidatenmaterial bei DSDS noch schlechter ist. Also, was diese Inszenierung sollte, also, äh, da frage ich mich, äh, ja, da frage ich mich, da bleiben einfach nur noch Fragezeichen, ganz große, zurück.